Tag Thorsten Sträter hier. Es ist ein bisschen pathetisch, aber ich vermisse euch alle sehr. Ich scharre mit den Hufen seit 4000 Tagen, dass ich endlich wieder in Karlsruhe auflaufen kann im Tollhaus. Gerne auch mit drei Stunden Verspätung und euch Leute endlich wieder sehe. Ich werde direkt sentimental, mach aus. Wir sehen uns.